Musik Beim Thema Boden habe ich mich vor allem hier im Erdgeschoss eigentlich durchgängig für Parkett entschieden. Ich finde es einfach total schön, von der Farbe auch her. Und natürlich auch so dieses warme Raumklima, auch so diese Natur, auch hier in dem Holz quasi so drin zu sehen, das finde ich total schön. Habe aber trotzdem natürlich im Flur, in den Bädern letztendlich Fliesen gelegt. Ist natürlich ganz klar, aber insgesamt ist es ein sehr schöner Look hier in dem Raum. Ich freue mich dann auch hier schön auf dem Boden nachher barfuß laufen zu können mit einer Fußbodenheizung. Es wird nie kalt hier, insofern kann ich es kaum erwarten, jetzt endlich einzuziehen.